Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Red Star Rising, bitte sagen Sie das nochmal, Over. Verstanden. Red Star Rising ausgelöst. Nein, scheiße, 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 was ist los mit denen? Red Star Rising? Was denken die sich? Ich weiß nicht, scheiß auf Profit, verschwindet mir. Hey! Was ist mit Stever? Vergiss ihn, der Konzernat! Schon mal von diesem Red Star Rising gehört, Psycho? Nein, noch nie. Sal kneift nicht so schnell. Finde raus, was du kannst. Wir sehen uns am Treffpunkt. Scheiße! Rasch und Claire sind offline. Du musst alleine zurechtkommen, während ich rausfinde, was los ist. Was ist das da drüben? Hm, falscher Alarm. Checkt den Bereichen, die wir ihn zuletzt gesehen haben. Da drüben! Sal hat die Turkelschuße gewandt. Sie sind zwei langsame, aber immer noch effektiv. Du weißt, was sie anrichten können, also bleib in Deckung. Die Turkelschuße gewandt. Die Turkelschuße gewandt. Ich sehe wohl schon Gespenster. Schätze im Bereich, in dem ich zuletzt gesehen habe. Bist du versteckt? Kontakt! Ziel getarnt! Vorwärts! Wir müssen ihn rausgräuchern! Komm los und stell dich, du Feindling! Wunderbar! Oh mein Gott! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Sie holen die Informationen mit einer Eskorte ab. Du hast nicht viel Zeit, sie abzufangen. Nicht, dass das wichtig wäre. Aber wenn wir wüssten, wer mich gefoltert hat, könnte ich einige persönliche Dinge klären. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Los! Er versteckt sich! Knappt ihn euch! Knappt ihn euch! Ich habe Iron Horse gefunden. Klasse! Such jetzt die Akte des Skin Labors. Was steht denn? Nichts. Ist zensiert. Ah, Mist! Das war's. 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 Drop it. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's.